So! Erstmal runterschlucken hier. Ey! Gut. Noob! So! Oh! Wer ging daneben? Noob! Careful, left lane. Jo! So! Alles dann! Ich kassiere zu viel Minionschaden. Wer ich Revenant, müsste ich meine Waffe laden. Aber ich bin Wraith! Gut, Graxflash. Meine Gegner haben AIDS. Warum haben wir so einen schlechten Wave Clear? Und die sind guten. Die haben doch Kira. Kiri, Kiri, Kiri. Ha! In der Luft, Alter! Weggesniped! Du gehörst weggesnipen! Wir chillen ein bisschen. Hier einfach wieder fast voller Leben. Oh! Nein! Das gibt's nicht. Ja, sie ist tot. Oh! Chor müsste sich ein bisschen vor mich stellen und nicht so weit. Schade. Kriegst du sie noch? Oh! Sie hat den Stun daneben geschmissen, obwohl sie neben mir stand. Und... Habt ihr jetzt gesehen? Das war... Das war krass. Weil... Ich wollte die Decker killen, weil die war fast... Die war fast tot. Und dann hat sich die Kira vor die Decker gestellt und hat den... Damage gepeelt. Was von der aus richtig gut war. Und dann war mein Problem, dass ich zu viel Damage auch von den Minions gefassen habe. Ich meine... Also, Kira ist dadurch auch gestorben, weil sie den Damage getankt hat. So ist er nicht. Bist du für ein kleiner Mann? Oh! Das war nicht gut. Das war nicht... Das war nicht... Alter. Nein! 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 Abgeschossen, ich hatte keinen Rechtsklick-Ready. Oh, ich hatte einfach keinen Rechtsklick-Ready. Scheiße. Schnell Nudeln essen. Oh, der Teller ist so heiß, ey. Immer noch Level 3. Hm, Kira aber auch. Au. Nein. Bruder. Ja, bin tot. Nein. Scheiße. Ich dachte, sie hätte ihre Q schon auf Decker gemacht. Deswegen bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass er noch eine Q-Ready hat. Hm. Ich sehe gerade. Unser Jungler ist nicht da. Ne, der Offlayner. Ja, Stich 1-3. Niemals hat mich das getroffen, Digga. Ja, ich bin tot. Niemals hat mich dieser Stun getroffen. Oh, schade. Schade. Ich muss Resetten. Ich muss Resetten. Ich hab wieder nix mehr. 42 Farm. Der hat 36 Farm. Aber der hat 3 Kills. Ich hab einen Kill. Kor, was machen Sachen? Okay. Okay. Junge. Ja, ich bin tot. Okay. Ja, 1-4. Bisschen kerst. Alter. Also am Anfang ist es echt unglücklich gelaufen und danach ist es gesnowboard. Die haben das krass ausgenutzt, dass sie vorne sind. Ich bin immer noch Level 5. Alter. Nein. Nein, Digga. Alter, ist der beschissen gelaufen. Das hat er echt gut gemacht mit dem Hin- und Her-Wigglen. Careful, Left Lane missing mit. Voll Buff. Nein, da ist Kira schon wieder. Bitter. Ah, ist wieder 6-3. Okay. Schade. Die machen den Gold-Buff gerade. Okay. Die machen den Gold-Buff gerade. Ich hab einfach 5 Minuten Attack Speed. Schade Korps. Trefft nix. Oh. Nein, genau jetzt springt der hoch. Nein. Nicht nochmal, das machst du nicht nochmal mit mir. War sehr geil, Korps. War sehr geil. Geiles Play. Der wollte mich wieder dribbeln, aber mit seinem komischen Wiggling Move da, Alter. Ich muss back, ich muss back, ich muss Nudeln essen. Wenn man weiß, wie man mit Kira spielt, dann hat man keinen leichten Gegner. Selbe mit Wraith. Ja. Scheiße, Korps. Wird auch schon Bord? Wer stellt sich echt immer so? LOL, was ist ein Snipe? Wer stellt sich immer so, dass Minions zwischen mir und ihm stehen. Guck, wie er sich immer so auf die Linie platziert. Kein Wort mehr, Scheiße. Ich hab hier eben zum D-Worn benutzt. Wir haben immer noch Wards. Äh, die machen kein Raptor. Nein! Komm nicht durch. Komm nicht durch. Ah, die Kira macht echt Druck. Shit. Oh, die haben Fangtooth. Deswegen machen die Druck. Schön, dass dann. Nein, ich wollte noch flashen. Scheiße, ich wollte noch flashen. Hä? Und tot. Flash oder so? Loll. 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 Wie hat der den... Der hat noch einen Kill geholt und wie hat der das überlebt? Was hat der gemacht? Wie hat der das gemacht? Der hat Dings aktiviert. Ne, hä? Wie hat der so viel Leben bekommen? Er ist tot. Einen rennt der Twin Blast. Hey, warum? Ich ping hier hin und der Pingu geht auf die Midlane. Ah, okay. Er macht meine Worts weg. Ich muss rausflashen. Nein! Nein, wo kommt der... Wie kommt der Twin Blaster hoch? Ah, mit dem... Mit dem Ding da. Ah, ist auch noch tot. Ja, den... Den Grux hätte ich vielleicht erst killen müssen. Üble Scheiße. Warum spielen wir eigentlich Aram auf der Duo? Ja, das frage ich mich auch. Es ist so krank. Es ist so krank. Junge macht die Schaden. Die war sogar gestunt. Mit Kingsbane. Okay, die hat da drei Items jetzt. Ich hab... Ich brauch noch 800 Gold. Ja, noch 500 Gold. Die ist 500 Gold mal mindestens vorne. Bruder, der ist drei Level über dir. Ja. Hä? Hä? In und aus. Quick und clean. Just like the text books. Back it up, as arrived. Cut. ich weiß auch nicht okay das war wild da hätte ich schon wieder einen minion davor krieg ich die wut da krieg ich die wut oh man ach da ist core ich dachte core würde links an der shadow wall stehen tatsächlich das war my bad ich habe nicht gesehen dass er nicht da ist wusste das jetzt zwei gegen ein weiter aber ich habe sie fast gemacht ich bin wieder da ich bin wieder da die werden wahrscheinlich gerade den raptor machen gehen wir nicht zum raptor ja digga puh war wieder eine halbe minute gestunt die wollen prime machen dann muss ich erst resetten da krieg ich die wut die 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 Smite! Nice. Nein. Oh, Baby, er doppelt. Macht ihm gar keinen Schaden. What? Ich kitzel den. Ach, du Scheiße. Sorry, nicht gesehen. Ja. My bad. Was hat der gebaut? Ein Item mit physischer Rüstung. Die ist Level 17. Vier Level über mir. Okay. I love this team for this match. Anyway. Schön. Oh, schlecht. Er hat Red Buff geholt. Ich brauche mehr Farmen, mehr Farmen, mehr Farmen, mehr Farmen. Das Problem ist, die haben alle drei Raptors. Wir brauchen Wards. Ich bin so schlecht. Der hekt doch irgendwas aus, ja. Nice. Ein schöner Stun. Nein. 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 Wir können Fangtooth machen. Oh. Oh. Nice. und fake tooth kann ich so drüberspringen? ne egal los, let's go so, rugs geht treffen aber ok keiner da? ne, okay, erst in 43 Sekunden hä? so ok, Demolisher für den grugs und die ähm Dingsbums ich glaub, Infernung hätte ich noch Bock drauf ich glaub, Infernung Infernung gut ich rieche ein Comeback, sagste zwei Kills muss ich noch, zumindest hm, hier ist der Level 16 heilige Scheide, was geht hier wieder ab überall wird erst werfen müssen der ist so low, der eine da damit mein ich nicht, dass er Single ist Junge, die killt mich instant was ist das? holy shit, macht die mich fertig, Alter die die macht rechts, also Schuss, Rechtsklick, Schuss, Schuss, Q dann bin ich tot alter, die hatte Half-Life ich glaub, ich hab aber den einen Schuss daneben geschossen alter, hat der eine schnelle Maus und wie das Bild wackelt, wenn der fightet der hat die Maus ja übel schnell eingestellt lol, er hat den Kill bekommen was baue ich denn, was baue ich denn für letztes Item Omen power my next basic attack oder Envy, ich baue mal Envy, warum nicht oder oder Penumbra 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 wäre auch geil wegen Ability Haste und sowas nochmal oder Aimbot, Aimbot mit Grugs das ist aber auch eine Leistung Grugs und Aimbot zu spielen so, die verpiesen sich alle Alter einfach in die Lücke geschossen das ist nicht wahr der kommt aus dem Gebüsch gesprungen wie viele Items hat sie? ist sie schon Full-Bild? die ist, ja, ungefähr gleich viele der Grugs auf der Midlane muss aufpassen schöner Stun nice, 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 nice geiler Stun schön gedeift die haben halt jetzt mit Decker und Argus einen richtig geilen Stun-Log boah, schön die, äh, den Rechtsklick von von Terra aufgehalten schön der Twin Blast ist down stell dich da vor jawoll alter Meisterplay von Core Meisterplay habt ihr das gesehen? er hat ihn gebodyblockt damit er in der Ulti stecken bleibt wie geil war das denn? Meisterplay von Core Alter, richtig geil gespielt alter ist der geschaltet wie ein Roboter Junge, war ja richtig geil ja, von mir war es jetzt nicht so eine Glanzleistung aber ich muss sagen ich finde Wraith als als Carry nicht so geil also nicht mehr so wie früher ich finde ihn auf der Midlane besser und die, ähm Kira hat mich auseinandergenommen GG Pesto Raith als Carry ist überbewertet lieber mit ja ich finde ihn ich finde ihn wirklich als, also soll jetzt keine Ausrede sein ne ich hab einfach viele Schüsse jetzt nicht getroffen aber ja 31.000 Damage GG D Vielen Dank.